Disney JAAAAAAA Und damit ein herzliches Willkommen zum 17. Türchen! Mann und Frau warten gespannt, ob es nun was geben kann. Nicht nur einer wartet auf sein Geschenk. Nein! Viele Reime gab es als Geschenk. Nun werde ich sie erklingen lassen, um eure Sehnsucht zu entfachen. Ein Reim, doch sehr gelungen, dessen ich nun im Munde euch nun geben kunde. Lieber Mr. Nico DMLP, wie du vielleicht siehst, liegt draußen Schnee. Eventuell trinkst du auch gerade eine Tasse Tee. Was soll man nun machen, wenn es draußen schneit? Man kann doch nicht einfach drinnen hocken und sich die ganze Zeit fragen, was soll man denn nun zocken? Da habe ich eine Lösung parat. Mr. Nico DMLP, der ist sehr smart. Er unterhält die Leute mit Witz und Skill und bekommt in Far Cry fast jeden Kill. In Minecraft ist er auch nicht schlecht, denn seine Bauwerke wirken ziemlich echt. Ach und eins noch, ich habe es fast vergessen. Von Happy Wheels bin ich sehr besessen. Ich liebe die Art, wie du spielst, obwohl du auch einiges verdirbst. So wünsche ich dir eine frohe Weihnacht und hoffe, dass bei dir Silvester so richtig kracht. Von U, R, F, X, T, 3, X, X wie Akte X sprang die Zeilen hin und her. Froh erklingt und auch stimmend. Diese Strophen gefallen mir immer mehr. Doch nicht nur er, nein sondern mehr, hatten schöne Dinge. So zum Beispiel vom Adrian, ebenfalls ein Gedicht erklinge. Der Nico DMLP sitzt auf dem Stuhl und trinkt seinen Tee. Er sieht sich um und in seinem Kopf geht ein lautes Ja herum. Das Intro passend und das Adventsspiel ist da. Schon kann es losgehen mit der Verlosung. Hurra! Saints the Third ist es wohl. Das kann man haben. Jawohl! Zwar will ich das Spiel nicht haben. Darüber braucht man sich auch wohl nicht beklagen. Jedoch will man ein schönes Nico dem Gedicht. Das er dann verpackt und zu jedem Advent wieder aufbricht. Er picht, dies Gedicht zu hören, gab es noch mehr auf die Ohren. So der Dönerschuh sprach zu mir. Mit seinem Sätzen gönne ich mir nun ein Bier. Könnt ihr diesen Let's Player, der jeden Tag was Neues verlost? Ob ein Game oder nun ein Layer. Kommt meine Freunde, trinken wir. Prost! Als kleiner Let's Player angefangen, folgen ihm nun 2700 Mann. Weitermachen will er stets. Ach ja, fast vergessen. Wie geht's? Alle Folgen ich gesehen. Keine einmal ausgelassen. Ich hoffe, du kannst das verstehen. Kein Sinn ergebend, aber trotzdem toll. Der Arath gamed mit voller Stolz. Versucht der Schnee von draußen dich zu locken? Nein, du bleibst drin und schreist. Ich will zacken. Hast du wieder mal das Kind verloren? Gips vom Weihnachtsmann. Was auf die Ohren? Du machst in Borderlands dein Gegner platt. Doch das Christkind setzt dich schnell schachmatt. Linus failt der Lümmel. Denkt, ich spreche mit Santa und das ohne Mühe. Doch eins kann ich vorab sagen. Ich habe kein Kontakt. Also versuch gar nicht erst durch mich zu treten. Mit ihm in Kontakt. Ja, der Mister liebte es zu spielen. Bis ihm keine Spiele einfielen. Welche er nicht gespielt hatte. Deswegen schrieb er den Weihnachtsmann an. Der sagte. Ach Mister. Dir schenke ich eine Krawatte. Doch Mister antwortete. Oh Mann. Er wollte so gern mehr Spiele haben. Doch da fiel ihm an. So muss es ja sein. Farqua 3 war ja mein. Ich muss nur in meinen Spielen rumgraben. MyTube31581 gab ebenfalls einen feinen Reim. Der zwar kurz, aber Wahrheit meint. Und auch ehrlich gesagt die wahrste Wahrheit meint. Draußen Weihnachtet ist sehr. Mir egal. Ich will mehr. Mehr Geschenke mag ich sehr. Also auch das Spiel wäre toll. Denn dann wäre mein Sortiment an Spielen voll. Dein Kanal ist für mich echt der Hit. Mach weiter so. Und bleib fit. Der große Nicodem im Weihnachtssinn mit seinem Lied unter dem Beat. Weihnachtsheim Rentner sieht. Der Nicodem macht ein Sieg. Der große Nicodem im Weihnachtssinn mit seinem Lied. Ich geh auf die Straße und ziehe so dann. Aber tausende Rentner um mich zu dissen. Hatte jedenfalls ein Anschein danach. Ich fing also an hier etwas zu reimen. Nie zuvor hab ich sowas gemacht. Ich weiß auch gar nicht ob sich das hier reimt. Egal einfach weiter gemacht. Normalerweise ein fitzerer Mettler in dem Gron und Verderbnis liegt. Doch heute ist Weihnachtsstimmung. Und ihr singt unter diesem Beat. Der große Nicodem im Weihnachtssinn mit seinem Lied. Unter dem Beat. Weihnachtsheim Rentner sieht. Der Nicodem macht ein Sieg. Der große Nicodem im Weihnachtssinn mit seinem Lied. Unter dem Beat. Weihnachtsheim Rentner sieht. Der Nicodem macht ein Sieg. Ihr habt noch nie hungrige Rentner vor euren Augen gesehen? Fletschen alle ihre unechten Kiefer, um bedrohlicher auszusehen. Na gut, ein wenig Angst machen sie mir ja schon. Doch das kann ich ab. Der erste stimmte zu mir. Ich wich aus so dann. Der Rentner stolperte und schlug auf. Zerplatzte Adern und es war aus. Und erst jetzt merkte ich, ich hatte das letzte Kuchenstück im Rentnerhaus. Der große Nicodem im Weihnachtssinn mit seinem Lied. Unter dem Beat. Weihnachtsheim Rentner sieht. Der Nicodem macht ein Sieg. Der große Nicodem im Weihnachtssinn mit seinem Lied. Unter dem Beat. Weihnachtsheim Rentner sieht. Der Nicodem macht ein Sieg. Es glich wirklich einer Zombie-Apokalypse. Aber zehntausende halbtote Menschen. Die auf lebendes Menschenfleisch warten. Ich hab es fast vergessen. Es ist Weihnachtszeit, toter Vergessen. War ich etwa zu breit? Können sich die alten Säcke drum streiten? Also warf ich das Ding so weit. Und nicht mal zwei Minuten nach prächsamer Zeit. War der Kuchen in einem Magen bereits. Doch eines wissen die Rentner nicht zum Glück. Zuhause bei mir gibt es Muffins und das Endlos am Stück. Der große Nicodem im Weihnachtssinn mit seinem Lied. Unter dem Beat. Weihnachtsheim Rentner sieht. Der Nicodem macht ein Sieg. Der große Nicodem im Weihnachtssinn mit seinem Lied. Unter dem Beat. Weihnachtsheim Rentner sieht. Der Nicodem macht ein Sieg. Nach diesem Wandel zurück zum Standard. Denn er freut und erblickt. Von Taunuskeks dahin gepickt. Advent, Advent, es weihnachtet sehr. Es müssen mehr Videos von Nicodem her. Mehr Videos machen es bestimmt nicht schwer. Doch die Zuschauer freut es umso mehr. Vergesst nicht, den Nico zu abonnieren. Und ihn frohlockend zu applaudieren. Wenn die fünfte Kerze brennt, hast du Mr. Nicodems Videos verpennt. Dass nun die Besten laut mir waren. Ich euch nun zeigen, welches gewonnen habe. Glückwunsch an URFXT3XX. Es ist nun dein. Zwar nicht unterm Weihnachtsbaum, sondern unter einer Dampfmaschine. Steam wartet auf dich, um das Spiel zu laden. Du noch vorher mir eine Nachricht schickst, um den Key zu haben. Freut euch. Denn es ist nicht das letzte Mal. Noch viele werden kommen. Sieben Türchen noch im Sinn. Die vieles für euch haben. Vierte Advent hat was Großes im Sinn. Und ihr wollt es sicher haben. Hauen sie Leute. Bis zum nächsten Türchen. Wisst ihr, was euch jetzt erwartet? Seht zu. Sieht ganz genau zu. Halt die Fresse und genieß die Show. Wie Peters players. Sowas so geht.